So, herzlich willkommen zurück zum Little Nemo. It's house time. Groove. So, der erste Schlüssel. Das ist ja eigentlich mit den Schlüsseln gar keine so schlechte Idee, wenn sie nicht so wuffah nervig wäre, ne? Ah, jetzt haut der Frosch ab. Komm, Kumpel. Ja, bitte. Boah! Dieses Level ist auch eins von den absoluten Nervigsten überhaupt, wo es gibt. Also finde ich jetzt zumindest... Oh, und diese weiße Viecher, die nerven so derbe. Ich habe selten was erlebt, was in irgendeiner Weise jemals so genervt hat, wie diese, die da schön brav von oben kommt. Scheiße, das wollte ich jetzt gar nicht. Oh, komm, Frosch. Und die Mosek ist auch diesmal, also... wohl mehr als nur nervig. Komm, komm, komm. Kommt doch, kommt doch. Fang mich doch, fang mich doch, fang mich doch. Du kriegst mich nicht. Never ever. Diese Schnauchnase ist einfach leckender genial. Oh, hilf. Hilfe. Oh, weg hier. Die peilen einen richtig, so richtig doof an und dann... Oh. Nein, die nerven, die nerven, die will ich nie wieder sehen. Echt. Oh, der hat jetzt auch derbe genervt. So, Frosch-Time. It's Frosch-Time. Jo, bang. Oh, es geht weiter. Nerven, der nächste Toll. Leben können wir auch gut gebrauchen. Wer weiß, was noch alles passiert. Da oben ist eine Biene. Und wieder dieses scheißnervige Ding da. Es gibt so wenig Viecher, die... Komm doch, komm doch. Wow, schnell. Weil die läuft jetzt wieder rüber, ne? So, Schnauchnase. Oh, mein Gott. So, hier rein. Oh, Scheiße. Mann, auf das war ich jetzt absolut nicht gefasst. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass diese seltsamen, also in diesen Häusern die Dinger irgendwie andersrum sind? Also die Fenster, meine ich. Habe ich bestimmt schon erwähnt. So, das Angriff ist immer noch die allerbeste Verteidigung. Ja. Oh. Oh, dam, 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 dam. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich will dieses Level überleben. Ich finde, das haben wir uns verdient. Oh, komm jetzt. Fix Punkt. Und ein Goal. Nein, jetzt kann ich nicht mehr weiter fliegen. Scheiße. Oh, nein. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das war knapp. Also, yeah, Leute, wir haben es geschafft und, yeah, let's rock and ride. Ja. Also, nicht nur die Musik war selten nervig, auch alles andere war irgendwie nervig. Willkommen zu Schlumberland. Schlumberland. Oh, hallo, Prinzessin. Please to meet you. Yeah. Ich bin sehr erfreut. Ich hätte lieber einen Scheint, aber egal. Prinzessin tut's auch. Komm, Süße. Also, ich kann selten etwas so leiden wie Prinzessinnen, die einem sofort ihr Leid klagen und man soll sie dann retten. King of Nightmare. Das ist doch Freddy Krüger mit einer Mischtgabel auf dem Kopf. Ja, why not? Oh, nein, er will das schlumberland. Oh, Land. Oh, turn on my bed about museum again. Warum wohl? Und unser guter Kiffer-Nemo soll das jetzt verhindern, ne? Please help me rescue my father. Ja, äh, sonst hast du überhaupt keine Ansprüche, oder? Ich soll nur hier deinen Vater welchen und, äh, die Welt und so weiter und, äh, jo, äh, sonst alles klar, oder? Just a little boy. Genau, ich bin nur ein kleiner Junge, ja? Mach doch deinen Scheiß selber. Ne? Oder bezahl mich. In gewisser Weise. Oh, das sieht doch mal nicht schlecht aus. Was bringt das wohl ab? Ein auf dem Akta-Zmarkt. Hm. Don't know what my gang, yeah. I don't know how to use a Morningstar. Einen Morgenstern? Hä? Naja, egal. Jo, weiß ich nicht, wie man das benutzt, aber die kann wirklich einen Scheiß selber machen, oder? Ich mein, wenn sie mir wenigstens danach die Hochzeit, äh, versprechen würde, dann könnten wir ja nochmal drüber reden, aber so. Hallo, ich bin die Prinzessin. Kannst du die Welt retten? Jo, danke. Jo, danke. Echt jetzt, hab schon gegessen. Auf dem Weg, also okay, natürlich macht er's jetzt, Neo, ne? Er ist ganz beeindruckt. Das Tepter ist so groß wie er selber, aber es macht nichts. Er macht's. Okay, dann mach ich das halt. Und dann geh ich zum Burger King und dann bring ich dir ne schöne Krone mit, ne? Willst du auch was haben, Süße? Oh, geil. Ja, so sieht's jetzt aus, ne? Aber, gute Nachricht, Leute, wir brauchen keine Schlüssel mehr. Das war die gute Nachricht. Die schlechte ist... Wir müssen mal wieder die Welt retten. Die Mischgabel auf dem Kopf besiegen, ja. I promise. Ey, Mann, Junge. Versprich nicht so viel, solange ich dich hier steuere, ja? Dream 8 Nightmareland. Ja, wunderbar. So, ist auch die Stelle, wo wir Schluss machen. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt... Little Nemo. Bye, bye. Ciao, ciao. Adiamos. Hahaha.